Hallo, ich bin Stefanie. Wir sind wieder im Museum Hochzeitshaus in Fritzlar und heute habe ich Frau Schomberg mitgebracht. Frau Schomberg hat uns heute dieses schöne Bild übergeben, was ihr hier im Hintergrund seht. Und sie erzählt euch jetzt mal, was es mit diesem tollen Ölgemälde auf sich hat. Es zeigt den Fritzlarer Marktplatz und alles weitere hört ihr jetzt von Frau Schomberg. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, mein Name ist Sarina Schomberg und ich freue mich heute sehr, dieses Originalgemälde von Hans Mayer Kassel, datiert 1922, übergeben zu dürfen. Ich weiß, dass das Bild einen würdigen Platz hier in diesem historischen Haus erhält und würde mich natürlich freuen und hoffen, dass viele Besucher davor stehen bleiben und es bewundern und betrachten. Danke. Ja, wir freuen uns, dass ihr vorbeikommt. Bis dahin viel Freude.